Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Bitcoin war wieder bei 10.000 US-Dollar, wir wurden aber dort abgelehnt mit einem ordentlichen Verkaufsvolumen. Bevor wir aber in den Chart blicken, gibt es interessante Neuigkeiten, was das Mining betrifft. Die ersten Miner müssen auf ihre Rücklagen greifen und werfen von dort aus ihre Bitcoins auf den Markt. Was das gerade für eine Auswirkung hat, wie die Mechanismen aktuell zu sein scheinen, darüber werden wir gleich sprechen, was das natürlich auch eine Auswirkung langfristig auf den Bitcoin-Preis haben wird. Das werde ich euch gleich sagen. Falls dir das Video gefällt, dann lasst gerne einen Daumen nach oben da. Das hilft mir wirklich sehr. Falls dir das Video nicht gefällt, dann behalte es für dich und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ein Hinweis in eigener Sache zu den Telegram-Kanälen. Einmal die Community-Gruppe, hier tauschen wir uns inzwischen mit über 2.000 Leuten gegenseitig aus und der News-Channel, wo wir die neuesten News von der Webseite direkt hier reinposten. Da verpasst ihr auf jeden Fall die neuesten Geschehnisse nicht. Die Links dazu in der Videobeschreibung. Fangen wir hier mal an mit der Marktübersicht. Marktkapitalisierung 261 Milliarden US-Dollar. 15 Milliarden US-Dollar haben wir dann etwa in den letzten 24 Stunden hinzugewonnen. Bitcoin-Dominanz 67,5% und wie ihr das schon hier sehen könnt, 6,5% im Plus. Bitcoin aktuell bei 9.600 Dollar. Wir waren zwischenzeitlich auch bei knapp 10% im Plus, als wir die 10.000 US-Dollar-Marke angekratzt haben. Ethereum hat das Ganze wieder über die 200-Dollar-Marke gebrochen, 4,5% im Plus und der Markt an sich zum Großteil im grünen Bereich, aufgrund der Tatsache, dass hier Bitcoin weiter im Aufwärtstrend ist. Nochmal der Hinweis zur Bitwalla-Aktion. Aktuell erhaltet ihr bei Bitwalla 35 Euro, ohne dass ihr irgendwas einzahlen oder traden müsst. Ihr müsst euch nur registrieren, eure Identität verifizieren und dann kriegt ihr diese 35 Euro Startgubt haben auf euer Konto. Das könnt ihr hier mit dem Link unter dem Video euch holen. Kommen wir zu dieser Geschichte mit dem Mining und das ist wirklich sehr wichtig zu verstehen, was da aktuell los ist, um wirklich auch, vor allem was die Inflationsrate jetzt von Bitcoin angeht, mal mit dem Preis in Verbindung zu setzen. Wir hatten ja das Halving am Montag. Die Block-Belohnungen wurden halbiert von 12,5 Bitcoin auf 6,25 Bitcoin. Alle 10 Minuten für diejenigen Miner, die den Block halt finden. Und die Hashrate ist schon sogar ein bisschen runtergegangen. Wenn wir das uns hier anschauen, seit dem Halving. Und was ist passiert? Das, was viele vermutet haben. Die ersten kleinere Miner, die ineffizient sind, haben ihre Anlagen eingestellt. Deswegen die geringere Hashrate oder auch größere Mining Pools haben ineffiziente Mining Geräte zum Beispiel ausgestellt. Aber viele haben ja erwartet, dass sehr viele Miner kapitulieren werden, dass die Hashrate viel schneller runtergehen wird. Das sehen wir aktuell noch nicht. Und das liegt aufgrund der Tatsache daran halt, dass viele Miner sich Rücklagen gebildet haben über einen sehr langen Zeitraum. Wenn wir uns hier die Rewards bzw. die Mining-Einnahmen von den Minern uns anschauen seit dem letzten Halving, sehen wir, dass das sehr volatil natürlich auch war, dadurch, dass der Bitcoin-Preis auch volatil war. Es gab Statistiken, die halt darauf hingewiesen haben, dass sehr viele Miner halt Rücklagen bilden und nicht direkt ihre Bitcoins auf den Markt werfen. Und einige von denen, von den kleineren wahrscheinlich, greifen jetzt auf diese Rücklagen zurück und werfen mehr Bitcoins auf den Markt. 622 mehr Bitcoins auf den Markt von Mining Pools oder Minern auf den Markt geworfen gestern, als sie überhaupt eingenommen haben. Und warum ist das Ganze so? Warum ist das so wichtig für die Miner, jetzt noch am Ball zu bleiben? Weil ihr müsst euch das so vorstellen, die Einnahmen gehen runter und die Miner versuchen jetzt so lange wie möglich noch im System zu bleiben, weil die Hashrate geht dann runter und man will natürlich nicht der Erste sein, der aus dem System geht und dann seine Anlagen ausstellen will oder muss. Und wir sehen zum Beispiel, die Difficulty wird in 4 Tagen wieder angepasst, das passiert ja alle 2 Tage. Und da sieht es danach aus, dass die Miner versuchen mit den Rücklagen so lange wie möglich zu überleben, um dann wirklich wieder profitabel zu werden. Weil wenn andere Miner dann austreten, geht die Hashrate runter und dann ist es ja dann auch für die dann wahrscheinlicher, dass sie dann neue Blöcke finden und dann auch wieder profitabel werden. Also um das nochmal zusammenzufassen, über diesen sehr langen Zeitraum vor dem Halving, haben die Miner ihre gewonnenen Bitcoins nicht direkt auf den Markt geworfen. Das heißt in diesem Zeitraum hatten wir schon eine sehr geringe neue Inflationsrate des Bitcoin, nach den Statistiken, die wir haben und den Daten. Und jetzt greifen die halt auf diese Rücklagen zurück. Die Block Rewards sind zwar runtergegangen, aber wir haben eine Inflation durch die Rücklagen. Aber natürlich, das wird sich ja nicht für immer so halten, irgendwann werden diese Rücklagen aufgebraucht sein. Und dann erst werden wir langsam aber sicher die Effekte des Halvings sehen, nicht von einem auf den anderen Tag. Das heißt nicht, dass wir jetzt durch die Decke schießen werden, wenn diese Rücklagen vorbei sind. Aber erst dann wird diese Inflationshalbierung bemerkbar sein, wenn diese Rücklagen aufgebraucht sind, weil aktuell diese Inflation sozusagen von denen verwaschen wird, die Rücklagen auf den Markt werfen. Weil ihr müsst das euch so vorstellen, ein Miner bekommt halt diese Rewards und solange er die nur hält und nicht auf den Markt wirft, ist es ja noch nicht in der Inflation sozusagen drin, weil er es gar nicht im Markt zur Verfügung steht. Deswegen wird es sehr interessant sein, wann diese Rücklagen dann halt wirklich aufgebraucht sind, wann alle Miner, die ineffizient sind, umgestellt haben oder ihre Anlagen ausgestellt haben. Und dann diese Inflation, die wir haben, maximal 6,25 Bitcoin alle 10 Minuten ist. Das wird auf jeden Fall sehr interessant sein zu beobachten, um dann wirklich den Effekt des Halvings zu sehen. Dann gibt es noch eine interessante Meldung zu Ethereum. Da wurde ja 2019 bei Upbit bei der Exchange 50 Millionen US-Dollar in Ethereum geklaut in der Hot Wallet. Und jetzt versuchen Hacker wieder diese auf den Markt zu werfen über BuyX, eine kleine Exchange. Und das hat Whale Alert hier gemeldet. Die haben diese Adressen halt im Blick und haben da sozusagen so eine Meldung rausgegeben, dass die wieder auf die Exchanges geschickt werden. CZ von Binance hat zum Beispiel auch damals gesagt, dass er alles daran tun wird, dass wenn diese Ethereum-Token dann wirklich auf Binance gelangen, dass die dann auch eingefroren werden, zum Beispiel, dass die dann nicht auf den Markt kommen. Was sich jetzt natürlich einige fragen werden, entsteht dadurch so ein Verkaufsdruck, kann der Preis dann gedammt werden. Bei so einer kleinen Börse denke ich nicht, dass das passieren wird. Und die Nachfrage von Ethereum ist auch sehr gut und sehr hoch. Grayscale zum Beispiel hat allein in diesem Jahr 756.000 Ethereum gekauft. Und das sind 40% der neu gemeinten Bitcoins in diesem Jahr. Also die Nachfrage nach Ethereum ist sehr hoch und da ist es natürlich nur so ein Bruchteil. Und das wird natürlich nicht direkt dem Preis eingreifen. Es sei denn, es wird auf so einer großen Börse gedammt. Aber wie gesagt, da haben die großen Börsen natürlich ein Auge drauf und versuchen das natürlich einzufrieren. Kommen wir zum Abschluss zum Bitcoin-Chart hier. Es ist einiges passiert seit dem gestrigen Video. Da waren wir ja hier noch bei 9.100 Dollar hier. Da habe ich euch im Lower-Time-Frame diesen Trend-Kanal gezeigt. Und das war wirklich sehr schön zu traden. Ehrlich gesagt, wir haben hier diese Widerstandszone gehabt. Nach dem Video haben wir das Ganze hier nochmal getestet und wurden abgelehnt, diese Trendlinie von oben. Und das Ganze kann man dann sehr schön traden, wenn man wirklich noch eine Widerstandszone hat, die durchbrochen wird. Alleine Trendlinien würde ich nicht traden, wenn sie durchgebrochen werden. Aber hier waren mehrere Faktoren, die da zusammengekommen sind. Habe ich euch gestern ja schon gesagt. Und dann kam noch hinzu, dass wir das Ganze hier einmal getestet haben, wurden abgelehnt. Dann haben wir das Ganze durchbrochen. Und nach diesem Retest hier der Trendlinie ging es dann auch wirklich schon bergauf. Hier konnte man eine sehr gute Long-Position eingehen bis fast auf 10.000 US-Dollar. Wenn man da einen ordentlichen Stopp gesetzt hat, hatte man ein sehr gutes Risk-to-Reward-Verhältnis. Negativ ist aber, das muss man festhalten, wenn wir uns das Volumen anschauen, sehen wir sehr gut, dass wir beim Aufwärtstrend hier sehr wenig Volumen hatten und dabei 10.000 US-Dollar sehr starkes Verkaufsdruck hatten. Sehr viele haben ihre Bitcoins dann wieder verkauft, haben anscheinend sehr lange darauf gewartet, dass wir hier wieder in diesen Bereich kommen. Wir haben ja gestern auch über die CME-Gap gesprochen. Auch die wurde fast gefüllt. 50 Dollar fehlen da noch. Ich weiß jetzt nicht, wie relevant das sein wird, diese 50 Dollar. Ob da wirklich noch jemand bei den CME-Futures in den letzten Minuten am Freitag so ein hohes Volumen getradet hat. Aber mehr oder weniger wurde diese Gap gefüllt, über die wir gestern gesprochen haben. Jetzt wird es natürlich interessant sein, ob wir hier weiter konsolidieren. Kann nochmal sein, dass wir hier diese Trendlinie nochmal testen. Ansonsten die 10.000 US-Dollar, wenn wir wieder in 4-Stunden-Chart gehen, ist immer noch ein harter Widerstand. Diese psychologisch wichtige Marke von 10.000 US-Dollar muss natürlich erstmal durchbrochen werden, damit wir hier in diese 10.500-Dollar-Region kommen. Alles weitere, darüber sprechen wir dann, wenn es soweit ist. Könnt ihr nochmal gerne das Video von gestern anschauen, um zu sehen, wie es dann halt weitergeht. Habe ich gestern ja schon mal noch gesagt, hier im 4-Stunden-Chart, diese langfristige Trendlinie, die immer noch sehr gut im Takt ist. Das korreliert hier auch mit diesen 10.500 Dollar, diese Aufwärts-Trendlinie. Aber wie gesagt, das Volumen hat heute jetzt nicht wirklich an der Spitze, in diesen Lower Timeframes dafür gesprochen, dass wir aktuell die 10.000 US-Dollar brechen können. Aber je öfter wir in diese Marke kommen, in diesen Bereich kommen, desto geringer wird der Verkaufsdruck. Je öfter man einen Widerstand oder eine Unterstützung testet, desto leichter wird diese zu durchbrechen sein. Und deswegen müssen wir das hier auf dem Schirm haben. Das war das Update für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Was sagst du dazu mit dem Having, den Minern, dann oder wie lange werden die noch aushalten mit ihren Rücklagen? Da könnt ihr ja mal gerne Vermutungen aufstellen. Falls dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.